Ich bin Sina, lebe in Hamburg seit vier Jahren, habe auch hier am Bühnenstudio meine Ausbildung gemacht. Ich bin Lara, war auch hier am Bühnenstudio. Du stehst auf der Bühne und denkst, das mag ich. Kann man damit auch Geld verdienen? Ohne Scheu und ohne Wertung da rangegangen sind, was eigentlich auch fast in jedem Fach so war bei Impro, war nochmal einfach wirklich rumspacken. Nach der Schauspielschule habe ich angefangen bei Rote Rosen, das ist eine Fernsehserie. Einfach mal moven und nicht denken, sondern zu sich kommen. Ich finde, man muss auch ganz viel selber machen. Ich habe dann eine Zeit lang gedacht, jetzt habe ich eine Agentur, ich habe ein bisschen gespielt und jetzt kommt alles so und das ist nicht die Wahrheit.